Hallo und herzlich willkommen zurück bei Ghost of Tsushima. Wir befinden uns gerade auf der Karte O, weil ich mir etwas überlegt habe. Und zwar, wenn wir einmal in diese Richtung zeigen, gehen wir da hin. Unruhige Gewässer, ein Schiff an der Westküste greift Menschen mit Brandpfeilsalven an. Und möglich ein Mongolen-Schiff, das da abgestellt wurde. So, wir müssen da hinten lang. So, wir müssen da hinten rauskommen. Ich will wegrennen, lass mich. Haben wir jetzt immer diese doofen Dinger? Hey, ich bin extra auf die... wollte ich schon sagen. Bin ich jetzt auf der anderen Seite? Komme ich von da drüben? Kann mir das mal jemand sagen? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, welche Richtung ich gehen muss. Fahren jetzt los. Ich glaube, ich bin auf der falschen Seite. Aber wenigstens gibt es einen Dinger. Oh. Ach nee, doch nicht. Ist Gift. Ich glaube, ich bin wieder da, wo ich nicht sein... obwohl es geht. Okay, diesmal bringt ihr mich nicht zu eurer Adlerfrau. Ich bin jetzt schon helllos, ey. Okay. 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 Geht's gar nicht. Mir geht's voll gut. Dankeschön. Dankeschön. Okay. Ist irgendwas dabei? Nee. Also müssen wir praktisch zu neuer Stärke heranwachsen, damit wir da hochklettern können, wo wir letzte Folge nicht hochgekommen sind, weil ich verzweifelt versucht habe und dabei ständig alle Knochen von dem guten Gin gebrochen habe. Ist das möglich? Hier ist irgendwo was. Ein Äffchen. Da ist zwar ne Blume... Ach, da müssen wir hin. Okay, wir machen gleich mal das hier, aber wir gehen erstmal die Blume da holen. Dann rennen wir mal los. Das ist doch schon wieder so ne Scheiße. Ich weiß nicht, was ich da tun soll. Asche schreien. Okay. Kann ich hier machen. Asche schreien. Oh, Schriftrolllesen. Tanker mit Asche bedeckt. Im Herbst trägt ein Baum Frucht von Samen, so Setzling. Ein Fremder und Sohn, Sohnehre des Vaters Kampf, zeigt die Kraft deiner Klinge. Hä? Nicht abgeschlossen steht da jetzt. Hä? Also es ist halt weniger selbsterklärend auf jeden Fall. Ich weiß nicht, was ich mit diesen... Was ich hier tun soll. Tatsustreppe. Da liegt auf jeden Fall ein totes Pferd. Hier hat der Wald links rum. Wo denn? Da. Was ist denn los, ihr Süßen? Ist hier etwa ein Miezenschrein? Ein Affenschrein? Ist hier überhaupt irgendwo ein Schrein? Da. Okay. Da oben. Okay. Wildschweinies. Raubtierfell. Das schnuffelt der. Voll der Schnuffel, ey. Das sieht der. Voll der Hardly. Ja? Sieht das so zerfetzt aus? Guten Tag. Okay. 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 Unruhige Gewässer Unruhige Gewässer Oh ja, oh no! Oh, na gut, der brennt jetzt. Oh, 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 oh! Oh, da ist noch einer. Oh, da ist noch einer. Daffen ihr müsst fliegen? Okay, wir sind entkommen. Findet die Frau namens Zoe. Was ist denn das für ein Häuschen? Das ist aber nicht das Bienenhaus. Hä, ist das ein Stall? Hallo. Was ist sie denn? Achso. Ich hab mal den schon getroffen. Ah, okay. Ist das jetzt eine neue Quest? Frau namens Sugi. Was? Schmiede? Eine Allianz mit den Plündern. Achso. Sie wohnt hier in dem Häuschen. Hm. Unentdeckter Ort. Unentdeckter Ort. Wir drehen erst mal um. So rum. Blume. Ich würde echt gern einkaufen gehen irgendwo. Das wäre mir ein wunderbares geschützte Lagerstätte. Wo? Achso. Das hier ist die geschützte Lagerstätte. Achso. Okay. Die kleinen Bäume sind echt hart. Zaschobucht. Ich will jetzt nicht erstmal mit euch reden. Ich will jetzt nicht erstmal mit euch reden. Oh, man kann einkaufen gehen. Hier wächst eine Blume. Gib mir die. Schwertkitz. Schade. Hüte. Hüte. Listiger Händler. Zeig nie auf was du dein Augenmerk gerichtet hast. Federn der Fülle beschwert das Bild fruchtbarer Felder und Wohlstands auf Ikki herauf. Besonders dem seiner Händler. Toll. Jetzt kann ich hier gar nicht den Rest kaufen. Ist ja doof. Wo geht's hier hin? Hey. Oder unten will jemand reden? Hm. Wut. Dann reden wir mal. No. Also, wie geht's das? Wie geht's das? Wo geht's? Wo geht's? Wo geht's? Wo geht's? Wo geht's? Wo geht's? Da sind die Leute, die hier haben wir eine geschützte lagerstätte wir wollen dahin immer noch müssen ganz schnell vorbei rennen dass die mit uns reden wollen gut hier ist unser höft höhtö ich meine die haben hier allerhand das kann man hier überall rumklettern oh toll Heibenholz Oh, nein, man bleibt hier ständig irgendwo hängen, das ist, ach, also wenigstens bleibt man nicht richtig hängen, das ist trotzdem irgendwie nervig, ich weiß auch nicht, das habe ich schon bei Ratchet & Clank fand ich das schon gar nicht mehr so gut, okay, ist das jetzt gut, ist da was runtergefallen oder? Aha, okay. Okay, oh, Schriftrolle, nee, Leder nur. Sollen wir hier durchschwimmen, oder? Hä? Das war doch jetzt nicht alles nur für so ein bisschen Leder gedacht. Oder doch? Oh, ja. jetzt geht es da weiter Rauchbombe, ja benutze ich eh nicht, aber okay da müssen wir erstmal hin und her okay, kommen wir jetzt hier wieder zurück oder eher nicht so ach ja, war ja klar so, dann auf ein neues okay, jetzt geht es aber los hier eine Öl brauche ich nicht, aber jeden also, brauche ich nicht, oh okay ooh da unten lag was okay 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 das andere fällt mir dann natürlich ein also, okay das ist nur Leder, das brauchen wir nicht oh, was gibt es da oben? ich würde sagen, ich gehe auf den Weg einfach na prima ich will jetzt halt mal einen anderen Weg suchen das ist ein anderer Weg aha ah, man soll auf diesen bewachsenen Filsen springen da geht es hoch und da kamen wir doch da hinten geht es lang nur doch da lang, wo es Leder war die Wellen sind gebrochen die Wellen sind gebrochen was sehen, dass wir hier hochkommen Brennöl, Kunai sind sehr gut wo ist man da? das hä? wozu das alles jetzt? hä? hä? was soll ich denn hier machen? ich mache mir gleich mal hier einen Speicherstand und könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben was ich hier machen muss muss ich überhaupt irgendwas machen? ist das nur dass wir sehen das ist ein Sakai-Schiff oder hä? hier muss doch irgendwas sein außer so ein bisschen Brennöl oder so ein Zeug hä? was ist das für ein Schnulli? wie ist das nicht mal eine eine Fahne? hä? das kann man auch nicht abmachen was ist denn das für ein Schnulli, ey? okay 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 also vielen Dank dass ihr mit mir von Schiff zu Schiff auf diesem Schiffsfriedhof herumgewatschelt seid warum auch immer hier gibt's nix ich verstehe nicht außer dass er halt überall hängen bleibt wow cool nee hier gibt's nix ich weiß nicht was man hier tun soll ich hab wahnsinnig keine Ahnung hm es gab auch keine Sequenz oder irgendwie sowas oder irgendeine Wahnvorstellung ich habe keine Ahnung und laut Karte ach scheiße ich ahne hätte ich vielleicht das hätte ich das hier vielleicht doch machen müssen dann hätte das hier was gebracht ja werden wir dann wohl irgendwann sehen für so vielen Dank dass ihr dabei gewesen seid ich wünsche euch einen wunderbaren Tag bleibt gesund und bis morgen tschüss 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 tschüss